Ja hallo und willkommen zu einem neuen Developer Diary von dem 999 DLC von Paradox, wenn es irgendwann rauskommt, für H2-1-4. Und heute haben wir Naval-Terrain. Die wollen ja ein paar der Naval-Core-Mechaniken ändern und das ist wohl eines der ersten, woran sie jetzt gedacht haben. Das andere wäre zum Beispiel Seeminen kommen dazu oder Treibstoffverbrauch von Schiffen, solche Geschichten, wo man Module auf Schiffe jetzt einbauen kann. Und ja, heute mal halt bei Terrain gucken, was das macht. Es gab noch ein anderes Developer Diary, seit dem letzten Video ich gemacht habe, über Amerika, den Focus-Tree ändern. Also ich habe das zwar durchgelesen mal, aber wenn ihr einen anderen Focus-Tree wollt, holt ihr euch einfach einen Mod. Das ist ganz simpel. Ich fasse das nur ganz schnell zusammen. Die Amerika Focus-Tree, den sie ändern, da wollen sie Amerika ein Early-Game geben. Im Moment gibt man das Amerika ungelogen. Selbst im Multiplayer gibt man halt AFK. Also ich bin halt, bei meiner letzten Multiplayer-Runde bin ich wirklich rausgegangen und hab mir ein Eis geholt. Aber ich wollte jetzt bei Amerika den Focus-Tree so ändern, dass ihr ein Early-Game habt, da ein paar mehr Entscheidungen treffen könnt. Aber so richtig der große Wurf sehe ich da auch nicht. Amerika Early-Game ist einfach nicht existent. Punkt um. Ja, das wird sich auch nicht groß ändern, meiner Meinung nach. So, jetzt geht's los. Hier vorne Naval Terra. Was ich jetzt gemacht haben, ist, die haben einfach gesagt, die wollen jetzt die Gewässer so machen, dass sie Unterschiede haben. Flache Gewässer, tiefe Gewässer, Gewässer, wo kleine Inseln sind, Coral Sea zum Beispiel und was nicht alles gibt. Und dann gibt's noch arktische Gewässer und die haben dann alle verschiedene Buffs und Debuffs. Man sieht das hier so ein bisschen angedeutet. Alles kann man eigentlich mit ein bisschen Logik erklären. Also wenn ihr zum Beispiel da seid, wo das so aussieht, wo so kleine Mini-Inseln überall sind. Was ist das da? Ostsee und Nordsee und so gibt es das wahrscheinlich auch. Dann sind zum Beispiel die größeren Schiffe benachteiligt, die kleineren Schiffe bevorteiligt. Während wenn ihr in Deep Ocean seid, Pazifik, Atlantik und so weiter, dann sind es halt genau andersrum, wenn die kleinen Schiffe benachteiligt. Warum jetzt zum Beispiel ein Zerstörer im Atlantik langsamer fährt, um 50 Prozent, weiß ich noch nicht, aber die sagen auch, die Zahlen sind noch ein bisschen Anfang. Wahrscheinlich sagen die jetzt der Wellengang, die irgendwie langsamer macht, vermute ich mal oder so. Keine Ahnung. Ich hätte gesagt, dass die da, also das erscheint mir auch ein bisschen hoch, die Zahlen. Tech und Defense, vielleicht wackelt der zu sehr und deswegen, keine Ahnung. Das ist alles, was ich mir erklären könnte, warum die Zahlen in diese Richtung zumindest gehen sollen. So, auf jeden Fall gibt's dann diese Zahlen und es gibt einmal Kampf, Geschwindigkeit, die Verluste und die Sichtbarkeit. Diese vier Faktoren werden derzeit beeinflusst, war mein Eindruck. Also Positioning würde ich immer unter Geschwindigkeit ein bisschen packen. Und die Zahlen, da muss man noch gucken, die haben wir gesagt, sind noch nicht endgültig die Zahlen. Die große Frage, die am Schluss stellt, hat das Einfluss auf das Gameplay? Das ist ja, worum es eigentlich geht, sonst ist ja einfach nur nettes Feature. Und ich muss an der Stelle sagen, so wie das Spiel im Moment ist, ein historisches Spiel, wenn diese Zahlen nicht um mehrere hundert Prozent Anpassung vornehmen, glaube ich nicht, dass irgendeinen Einfluss haben wird. Aber es ist natürlich noch zu früh zu sagen. Wir müssen gucken, wie stark sind die Seeminen, obwohl die Zahlen, die wir da gesehen haben, die ersten, die ersten auch vermuten, dass keinen Einfluss haben wird, keinen großen. Und dazu muss man natürlich noch den Treibstoffverbrauch jetzt nehmen, ob jeder wirklich einen großen Flottenblock spaziert fährt. Oder ob Treibstoff wirklich so bottleneck wird, dass man wirklich nur noch kleinere Flottenverbände rumfährt. Und dann können diese Zahlen tatsächlich einen Unterschied machen. Also da müssen wir mal gucken. Würde man heute das System, wie es ist, das hier mit den Landschaften einführen, hätte es keinen Einfluss. Einfach weil die Alliiertenflotte einfach super, super viel stärker ist als die Achsenflotte. Meine Russischflotte ist praktisch nicht existent. Und dann hätte es gar keinen Einfluss. Aber wie gesagt, mit den Treibstoffveränderungen und vielleicht auch, dass man Schiffe ja jetzt Module geben, kann man das richtig verstehen oder geben soll. Das kommt ja, glaube ich, noch. Das habe ich in den Kopf. Aber dass man denen auf jeden Fall Sachen geben kann, verbessert ein Torpedo oder so. Kann man sich vielleicht wirklich ein paar Schiffe spezialisieren, die wirklich einen großen Einfluss haben, wenn sie auf ihrem Gelände arbeiten? Also ich denke an so Dinger wie, wenn man so ein Schiffelgelände hier hat, dass man hier vielleicht einen Haufen Zerstörer hat, die verbesserte Torpedos alle geladen haben. Und wenn dann der Gegner mit seiner Großkampfflotte von Schlachtschiffen und Flugzeugträger da reinfährt, hat man wahrscheinlich eine sehr, sehr viel höhere Chance, da wirklich richtig Schäden anzurichten. Das wäre jetzt mein Verdacht. Ob das so ist, weiß ich natürlich noch nicht. Es hängt, wie gesagt, auch von vielen Faktoren ab, wie die Zahlen nachher zueinander stehen. Und eine Grundidee ist auch schon mal nett, dass das Wasser jetzt Gelände, unterschiedliche Geländetypen hat. Die U-Boot-Geschichte ist vielleicht noch erwähnen wert. Und zwar gibt es jetzt hier, wenn ihr an der Küste fahrt, werden U-Boote sichtbar. Also 100% Visibility. Bedeutet einfach faktisch, U-Boote sichtbar an der Küste. Fertig. Ich vermute mal, Entschuldigung, gerade juckt. Ich vermute mal, dass ein Torpedo brauchen wir die ohne Probleme versenken können oder einfach ein Schiff durchfahren, sogar ein Zerstörer oder so ein Zeug. Das ist kein Problem. Das heißt also, diese Multiplayer-Geschichten, dass wir jetzt U-Boot-Regeln brauchen. Nicht zu viele kleine U-Boote und so. Also U-Boote werden wahrscheinlich vollständig und Gegner vernichtet. Auch so Geschichten wie English Channel oder andere Lande-Geschichten. Nicht selten ist es so, dass ein Multiplayer jemand irgendwie einen Teil seiner Flotte opfert, immer die andere Flotte quasi beschäftigt und dann landet der mit Bodentruppen. Da gibt es diese Sack-In-Mechanik, aber die funktioniert ja nicht ein und frei. Das haben sie irgendwann mal gemacht, dass eben das nicht passiert, dass man mit der kleinen Flotte eine große beschäftigt, wenn man dann trotzdem in England oder USA oder so landet. Und dann gab es diese Sack-In-Mechanik, dass wenn die Seeschlachten im Sektor ist, dass alle Transporter, die durch diesen Sektor fahren, da reingesogen werden. Das klappt einfach nur deshalb nicht, weil ihr müsst ja, um es euch enger zu verteidigen, müsst ihr ja drei große Sektoren, müsst ihr ja mit Patrouille versehen. Und wenn ich einen der drei Blocke, ist die Flotte in all dieser drei Sektoren, also dass sie einen von den dreien beschäftigt, die anderen beiden sind leer, und ich kann einfach Durchfall und Landung machen. Obwohl, da hat das halt nie funktioniert. Wenn die aber jetzt hingehen und sowas haben, dass die Schiffe sichtbar sind, also ich hoffe jetzt mal, dass es nicht nur für U-Boote gilt, weil die anderen Schiffe zum Beispiel dann eben auch sichtbar zahlen, je enger das wurde, das Gebiet, dass einfach die Flotten schneller gefunden werden. Und das gilt auch für Transporter, sodass ich jetzt tatsächlich sagen kann, ich habe in der English Channel vielleicht 20 Zerstörer und 10 U-Boote habe ich dann irgendwie nur bei Irland um die Ecke, ja, und sowas, dass das dann ausreicht, um die wirklich aufzuhalten, die Konvo, bis die echte Flotte bekommen kann, oder die vielleicht auch schon versenken, weil die Sichtbarkeit erhöht wird, ja. Das heißt also, vielleicht löst das wirklich diese Broken-Landemechaniken in dem Spiel. Und das wäre natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Mit den Seminen zusammen wäre das echt eine feine Sache. Und man sagen muss, dass das in Fakt höchstwahrscheinlich alles Buffs für die Alliierten wieder werden, was ja eigenartig ist, weil die Alliierten eigentlich normalerweise gewinnen die einen Großteil der Spieler. Ich brauche mal Russen-Buffs, wir hatten schon beim letzten Mal gesehen, dass die eigentlich einen D-Buff bekommen haben, die Russen. Aber wie gesagt, wir müssen uns die Zahlen noch angucken, um genau zu bestimmen, wo das hingeht, das Ganze. Ja, aber ich würde mir halt wünschen, und ich hoffe, dass das noch kommt, dass die irgendwas rausbringen, dass die Achsen einfach eine größere Chance haben, ihre, also die Flotte der Alliierten herauszufordern. Wird ja keine Leute komplett versenken, aber die sollten eine größere Chance haben. Treibstoff könnte wirklich dieses eine Tool sein, dass die Alliierten ihre Flotte halt nicht in der ganzen Welt nonstop hin und her fahren können. Das wäre echt toll. Aber ich glaube, was wir halt noch bräuchten für eine Variabel, das habe ich noch nicht gesehen, um es wirklich zu lösen, stelle ich mir so vor, wie sowas wie bei Highway 3 gab es das halt. Es gab halt auch so ein Stecking-Penalty-Zeugs. Ihr müsst einfach eine gewisse Anzahl von Schiffen haben. Also wenn ihr zu viele habt, dann kriegt ihr halt Nachteile. Einfach weil es halt auch schwer zu steuern ist. Das gibt es halt hier noch faktisch nicht. Für Flugzeugtrecher gibt es angeblich, aber selbst das kann man umgehen und selbst das funktioniert auch nicht, selbst wenn ihr diese Penalty nehmen würdet. So, von daher, mal gucken, es geht irgendwie von in die richtige Richtung, aber ich sehe halt noch keinen großen, großen Wurf. So, ansonsten, hier mal ein paar Bildchen, wie es aussehen könnte. Ja, die Map wird auch ein bisschen hässlicher durch. Passt schon. Und es gibt ein paar Admiral-Trades, dass die gewissen Gewässern besser kämpfen, die Admirale. Ja, diese Dinger da, also erstmal gucken, ob sie funktionieren, weil das Arctic-Trade für Bodenkampf habe ich ja letztens getestet, das funktioniert halt nicht. Aber, also ja nicht mal Kampf, das ist ja noch stehen in der Kälte. Ja, ansonsten sind die auch nicht spielentscheidend. Die Dinger ist nett, wenn es drin ist, aber nichts spielentscheidendes sehe ich da. Jo, ansonsten, da ist glaube ich erstmal nichts bei. Ich glaube, das war nicht das Wichtigste hier drin. Wir haben auch so Haifische reingemacht, so Spielerei hier vorne. Es gibt jetzt Casualties und Sink, also das ist bei den Haien vor allem, das ist ja nur ein Witz, haben sie gesagt, also eine Kleinigkeit. Gibt es bei anderen aber auch, gibt es Casualties. Mir war nicht bewusst, dass wenn ein Schiff versenkt wird, das Momentpower verliert. Also keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ist es auch ein neues Tool, was wir einführen. Aber auch hier, das ist eigentlich nicht relevant für irgendwas. Aber es gibt wahrscheinlich Verluste, wenn es sie nicht schon gegeben hat, wenn es mir aufgefallen ist. Jo, das ist glaube ich das, was hier drin stand. Mehr war ja nicht. Ich habe glaube ich jetzt nichts übersehen. Also wie gesagt, geht auf jeden Fall nette Features. Macht das Spiel komplexer, wird aber aus Gameplay wahrscheinlich erstmal keinen großen Einfluss haben. Das Einzige, was jetzt hier noch schön sein könnte, das kann man vielleicht noch erwähnen, ist, wenn die Geschwindigkeit nicht nur für Kämpfe, sondern wirklich für Standardbewegung gilt. Also wenn es wirklich so ist, ist, dass ihr hier in den Deep Oceans minus 50% Geschwindigkeit habt und sagen wir mal, ihr habt einen Flottenverband, dann wieder den großen Blob, den man fährt und die fahren so schnell wie das langsamste Schiff und die kriegen halt irgendwann Abzüge über ihre Geschwindigkeit, alle Schiffe, dass dann vielleicht die Schiffsbewegung wirklich langsamer wäre. Im Moment ist es so, dass ihr wirklich eure riesengroßen Flotten, also es ist ja so, ihr macht normalerweise Multiplayer, aber auch einen Singleplayer, wo ihr euren Flotten-Blob machen und den Multiplayer sogar alle Flotten einer Fraktion immer zusammenpacken und sind die in einer Woche gefühlt, sind die halt von Japan nach Dänemark gekommen, ja, und andersrum, was ja völlig albern ist, ja. Da gibt es wirklich keine, ach so, Attraction gibt es auch, da müssen wir gleich drauf sprechen kommen. Also gibt halt wirklich da, das geht zu schnell, es kostet nichts und ist vollständig unrealistisch und der Riesen-Blob funktioniert, obwohl die ja eigentlich nicht gegenseitig im Weg stehen sollten, die Schiffe, ne. Aber da gab es ja viele Probleme historisch, die hatten ja auch schon die Feier, bis hin, dass sie sich auch mal gerammt haben und dies und das. Also da gab es wirklich einen Haufen Zeugs, das gibt es ja alles nicht, ne. Und wenn wir jetzt hier zumindest die Geschwindigkeit reduzieren auf Ozean für die schnellen Schiffe, vielleicht hat das ja einen kleinen Einfluss, obwohl ich vermute, dass sie einfach nur auf die Geschwindigkeit der Großkampfschiffe kommen und deswegen, dass es sich sowieso doch nicht ändern wird. Was soll ich jetzt sagen? Genau, Attraction habe ich jetzt eben hier gelesen, irgendwo war die Zahl drin, bin mir nicht genau sicher, wie das funktionieren soll, weil da haben sie, ich habe zumindest noch nicht Erinnerung, dass ihr was gelesen habt, hier in arktischen Gewässern gibt es zum Beispiel 10% Attrition, Escape Speed auch reduziert, feine Sache. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktionieren soll, Attrition. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das nicht eine 10% Chance pro Tag ist, dass euer Schlachtschiff sinkt, sondern dass das einfach eine 10% Chance ist, dass so und so viele Stärkepunkte verliert pro Tag oder sowas. Aber diese Attrition-Geschichte könnte tatsächlich auch eine Antwort für unsere Problematik mit dem Flottenblop sein, dass wenn die Flotte halt, der Riesenblop die ganze Zeit Patrouille fährt und überall hinfährt, also im Moment wird es ja versuchen, das zu unterbinden mit Treibstoff, aber wenn Attrition in jedem Gewässer ist, oder zumindest in allen in die Ozean ist oder so, dann wäre das natürlich auch eine Lösung, einfach weil dann müsste man einfach kleinere Flottenverbände fahren und dann könnten die kleinere Nationen, also kleinere Flottennationen wie Deutschland, könnten die halt wirklich sagen, hier auf Battlecruiser, damit ich halt schneller bin als der Gegner und kann Hit-and-Run-Taktiken fahren. Also Attrition und Treibstoff sind meiner Meinung nach diese beiden Variablen, die die Möglichkeit hätten, das Gameplay für Flotten ist und Gameplay zu machen und nicht einfach nur, ich schiebe meinen Block dahin und dann ist das Spiel erstmal beendet bis dahin oder ich mache eine Schiezenmechanik, wenn ich beim Gegner lande, obwohl ich keine Flotte habe wie er, ja. Also ich finde, Attrition und Dingsda können das halt lösen, also Attrition und Treibstoff, wären echt, die könnten ein Gameplay für Flotten reinbringen unter den Fraktionen. Das wäre, glaube ich, echt eine Antwort, aber wenn das jetzt nur in arktischen Gewässern ist, da spielt es wie so, kein Mensch spielt in arktischen Gewässern mit seiner Flotte, also wie oft landet ihr bei Momanst und wenn ihr da landet, ist dann die russische Flotte, die aus 10 Schiffen besteht, ja, hat keine Relevanz. Aber das wäre natürlich auch eine schöne Sache, wenn das halt über den ganzen Ozean verteilt wäre. Ja, das ist eigentlich alles. Ja, das ist eigentlich alles, mehr gibt es leider nicht dazu und müssen uns dafür überraschen lassen, was wir sonst noch rausbringen, aber es geht schon mal, wie gesagt, ein bisschen in die richtige Richtung, obwohl ich immer noch denke, dass im Moment es so ist, dass die meisten Sachen, also wie das bei Treibstoff wissen wir noch nicht genau, wie der Einfluss sein wird, aber im Moment ist es so, der Russe, der hat bis jetzt halt die stärksten Debuffs bekommen und der verliert sowieso jede Runde und hat keine Chance. Der Deutsche wird nicht besonders hier durchgebufft, ja, weil, also mit den Minengeschichten kann er ja eigentlich seine Küste nicht verteidigen, denn das ist, also, da fährt die Alli-Flotte trotzdem durch und räumt das Zeugs weg, aber der Engländer, der Amerikaner kann seine Küste jetzt verteidigen und auch Singapur verteidigen vom Wasser aus, ja. Dann kann er argumentieren, dass der Japaner das auch kann, aber ihr müsst ihr überlegen, die Flotte ist so groß, der Alliierten, dass sie einfach da durchfährt und die Verluste, die Zahlen nicht ja gesehen haben, die lassen vermuten, dass das wirklich keinen großen Einfluss hat. Und da sind das alles im Moment meiner Meinung nach immer noch Buffs für die Alliierten und die werden ja auch dadurch gebufft, wenn die Russen schwächer werden, werden die auch irgendwo gebufft, ne. Also von daher weiß ich, also manche werden argumentieren, dass der Deutsche, wenn der mit den Russen einfach rüberläuft, dass er stärker wird und gleich zu den Achsen, äh, zu den Alliierten, ja. Bis zu einem gewissen Grad kann das auch stimmen, aber normalerweise wirklich so zu dem Zeitpunkt, wo Russland geplättet wurde von den Achsen, ist der Alliierte also einmal schon stark genug in den häufigsten Fällen und wenn das nicht der Fall ist, hat er die Flotte, um zu warten, bis er stärker ist, ja. Wir haben es in der letzten Multiplayer-Runde ein bisschen gesehen, auch wenn das Achsen verschuldet war, dass sie das verloren haben danach. Aber, ähm, ich glaube halt, dass wir jetzt bei diesen Patches irgendwas bräuchten, was dem Russen auch nochmal mehr Optionen gibt, weil als Russland ist man einfach durch und durchgearschen im Spiel, der sind derzeit zumindest Multiplayer-Runden. Jo, das war das und dann gucken wir mal, was die Zukunft bringen wird. In dem Sinne, ciao, ciao.